Nachdenkseiten Die kritische Website Verschwörungstheoretiker des Tages Cem Özdemir Von Jens Berger Wer Annalena Baerbock kritisiert, ist Handlanger Putins und Teil einer Kreml-Kampagne gegen Putins grünes Grausen. Zitat Bild. So sieht es zumindest der grünen Politiker Cem Özdemir. Belege, Indizien oder gar Beweise hat er dafür natürlich nicht. Wäre es nicht Özdemir und würden diese wirren Sätze nicht von Spiegel, Tagesspiegel und Bild kritiklos abgedruckt, würden die Faktenchecker der Nation hier wohl zu Recht eine Verschwörungstheorie wittern. Ist Özdemir die frühsommerliche Hitze zu Kopfe gestiegen, dass er nun auf Attila Hildmanns Spuren wandelt? Nein, Özdemir ist vielmehr das, was Albrecht Müller vollkommen zu Recht als Einflussagent bezeichnet. Und das ist keine Verschwörungstheorie, sondern gut belegbar. Kennen Sie den Witz von den zwei New Yorker Juden im Jahr 1940? Der eine liest die New York Times, der andere den Stürmer. Da fragt der Erste den Zweiten, warum er sich mit so einem Blatt abgebe. Wahrscheinlich gehört Wladimir Putin auch zu den begeisterten Lesern von Bild und Spiegel, nach deren Sichtweise, der man im Kreml nicht nur US-Präsidenten ins Amt hieft, sondern sogar dafür verantwortlich ist, dass die grüne Kanzlerette Annalena Baerbock es geschafft hat, die Umfragewerte der Grünen innerhalb weniger Wochen zu pulverisieren. Natürlich sind solche Thesen selbst für die Bild ein wenig zu steil, zumal es ja keinen Beleg für die sinistren Machenschaften ihres Lieblingsbösewichts gibt. Daher greifen die Qualitätsjournalisten zu einem beliebten Trick und lassen sich die groteskesten Thesen von einem Zitatgeber in den Blog diktieren. Und wenn es um steile und nicht belegbare Vorwürfe in Richtung Moskau geht, gibt es keinen besseren Zitatgeber als den schwäbisch-türkischen Russenfresser Cem Özdemir. Der sagt dann Sätze wie die folgenden. Daraus macht die Bild dann die knackige Überschrift, Moskau drückt den Anti-Baerbock-Knopf und der Spiegel raunt, Russland und Türkei draht sie ja von Schmutzkampagnen. Starker Tobak. Und welche Belege gibt es dafür? Einen BND-Chef, der Dinge wie »Das würde ins Bild passen« sagt und einen kriminellen Exil-Oligarchen, der sich auf angebliche Insider beruft. Super. Da sind ja so manche Telegram-Dummheiten von Attila Hildmann zu Lieder belegt. Der kriminelle Ex-Oligarch ist übrigens Michael Chodokowski, ein verurteilter Straftäter, dem es eher um den äußerst lukrativen Ausverkauf russischer Bodenschätze als um Dinge wie Menschenrechte oder Freiheit geht und der sich in den vergangenen Jahren regelmäßig von den transatlantischen Falken für ihre Attacken einspannen ließ. Häufig übrigens im Gespann mit Cem Özdemir. Nach Bildinformationen von Chodokowski und Özdemir arbeitet Moskau also seit Monaten an einer Anti-Grünen, besonders aber an einer Anti-Baerbock-Kampagne. Das ist doch spannend. Dann war es wohl Putin, der Annalenas allzu fantastischen Lebenslauf erfunden und von seinen Hackern auf der Internetseite der Grünen veröffentlichen ließ. Ein gewieftes Kerlchen dieser Putin. Und sicher haben FSB-Agenten ihre diabolischen, psychischen Substanzen in Annalenas Tee geträufelt, so dass sie in Reden und Interviews wirre Dinge stammelte, die danach von Kobolden aus Moskaus fünfter Kolonne in den sozialen Netzwerken weiterverbreitet wurden. Und vielleicht haben Putins Hacker ja sogar den digitalen Parteitag gekapert, auf dem die Grünen ihre Kandidatin kürten. Das würde ins Bild passen, würde der BND dazu sicher sagen. Zugegeben, es gibt originellere Verschwörungstheorien, doch die schaffen es nur selten auf die Titelseite von Bild, Spiegel und Co. Aber wie kommt ein Politiker wie Cem Özdemir überhaupt auf solche Gedanken? Dass alles, was einem politisch nicht passt, als Werk Moskaus bezeichnet wird, ist ja nicht neu. In den USA war dieses Narrativ während der berühmt-berüchtigten McCarthy-Ära sogar ein mächtiges Schwert, um unliebsame Positionen zu unterdrücken. Entweder ihr seid für uns oder ihr seid Moskaus rote Knechte. Özdemir ist auch vordergründig ein Wirrkopf, der mit Verschwörungstheorien hausieren geht, um Kritik an seiner Parteichefin abzublocken. Es ist vielmehr ein Paradebeispiel für das, was Albrecht Müller als Einflussagenten bezeichnet. Zu den Hintergründen haben wir einen Auszug aus einem älteren Artikel, Jamaika bedeutet auch, dass wir einen Transatlantiker als Außenminister bekommen, angefügt, indem ich 2017 den politischen Werdegang von Cem Özdemir nachverfolgt habe und auf einschlägige Stationen in seinem Lebenslauf gestoßen bin, die seltsamerweise von den meisten reichweitenstarken Medien heute ausgeblendet werden. Warum? Haben Bild, Spiegel und Co. den transatlantischen Hintergrund von Özdemir verdrängt oder vergessen? Mit Nichten. Özdemir wird schließlich von den Medien nicht fofiert, weil er ein integrer oder schlauer Politiker wäre. Beides ist er ohnehin nicht. Als Zitatgeber für jede noch so krude transatlantische Hetze ist er jedoch ein Hauptgewinn. Ein geläuterter Realo-Politiker der ehemals linken Grünen, der die Menschenrechte so sehr liebt, dass er sie mit militärischer Gewalt gerne vorwärts verteidigen würde. So eine Stimme zitiert man gerne, ergänzt sie doch den eigenen transatlantischen Kurs. Oder ist auch das nur eine Verschwörungstheorie? Bin ich am Ende selbst Moskaus Schreibknecht? Steht ein FSB-Agent oder womöglich Putin selbst mit einer Kalaschnikow hinter mir und zwingt mich, diese Zeilen zu schreiben, um die Grünen schlecht zu machen? Entscheiden Sie selbst. Lesen Sie aber vorher bitte noch ein paar Auszüge aus der Vita des grünen Politikers Cem Özdemir, die in den großen Medien nur selten genannt werden. Anhang Textausschnitt aus dem Artikel Jamaika bedeutet auch, dass wir einen Transatlantiker als Außenminister bekommen. Als Cem Özdemir noch ein junger Bundestagsabgeordneter war, verwechselte er dummerweise Brutto mit Netto und erhielt 1997 nach drei Jahren als Abgeordneter einen unerfreulichen Brief vom Finanzamt. Er solle rund 80.000 D-Mark Einkommensteuer nachzahlen. Doch der junge Schwabe hatte das schöne Geld schon für andere Dinge ausgegeben. Für ein neues Auto, für den Vater und die Ausstattung seines Abgeordnetenbüros, wenn man ihn selbst fragt. Oder aber für teure Designeranzüge und einen auch ansonsten unangemessenen Lebenswandel, wie es Kritiker behaupten. Fest steht, die Forderung des Finanzamts konnte er nicht aus der Portokasse begleichen und an dieser Stelle beginnt die erste Merkwürdigkeit in Özdemirs Lebenslauf. Denn er versuchte offenbar nicht, mit dem Finanzamt eine Ratenzahlung zu vereinbaren oder die nächste Sparkasse oder Volksbank um einen Kredit zu bitten, sondern nahm ein Privatdarlehen mit Vorzugskonditionen vom umstrittenen PR-Unternehmer und Kontaktehändler Moritz Hunzinger an. Man kann ja durchaus als Berufsanfänger schon mal vergessen oder verdrängen, dass der Fiskus noch seinen Anteil abbekommt. Aber warum besorgt man sich dann das geforderte Geld von einem Lobbyisten? Das fragte sich damals auch die Öffentlichkeit und in Kombination mit Bonusmeilen aus Vielfliegerprogrammen, die Özdemir privat genutzt hat, stürzte er 2002, als die ganze Sache herauskam, über seine Miles-and-Moritz-Affäre, wie die Zeitungen damals spotteten. Der Realo Özdemir wurde von seinen Kollegen im Landesverband sanft bedrängt und gab sein drittes Bundestagsmandat kurz nach den Wahlen ab. Doch was nun? Als hochverschuldeter Ex-Politiker ohne feste Einkünfte stand Özdemir im Herbst 2002 vor dem Aus. Just in diesem Moment kam die helfende Hand aus Washington. Der Mann, der bis zu diesem Zeitpunkt als Randgruppen-Realo auf dem Feld der Ausländerpolitik, so nannte man damals noch die Integrationspolitik, unterwegs war, wurde plötzlich von einem transatlantischen Think Tank namens German Marshall Fund zu einem Außenpolitiker umgeschult. Als Transatlantic Fellow wurde er zunächst in Washington DC fortgebildet und dann ein paar Monate später in der Brüsseler Dependence eingesetzt. Özdemir konnte nun nicht nur seine Schulden abbezahlen, sondern wurde von den Realos seines Landesverbandes 2004 sogar für ein nicht sonderlich publicity-taugliches, aber dafür finanziell recht lukratives Mandat im Europaparlament nominiert. Dort machte er dann als transatlantischer Außenpolitiker sehr schnell Karriere. Kaum im Parlament unterzeichnete er, als einer der wenigen Deutschen neben Karl Theodor von und zu Guttenberg, einen offenen Brief des neokonservativen Project for the New American Century, das mit so berühmt-berüchtigten Mitgliedern wie Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Robert Kagan, Richard Perl oder William Crystal ganz maßgeblich die US-Invasion des Nahen und Mittleren Ostens vorbereitet und orchestriert hat. Der offene Brief ist auch deshalb von historischem Interesse, weil er sich bereits im September 2004, kurz nach der Geiselnahme von Beslan, in einem aggressiven Ton an Russlands Präsidenten Putin wendet, der damals noch vollkommen unüblich war und zumindest sprachlich die Wiederaufnahme des Kalten Krieges mit markierte. Seit Raymond Shaw im Filmklassiker-Botschafter der Angst gab es wohl kein spektakuläreres Comeback unter fremdbestimmter Flagge. Nun begann die Karriere des Mannes, der zwei Jahre zuvor schon vom World Economic Forum, Davos zu einem Global Leader of Tomorrow gekürt wurde, erst richtig. Er wurde als Young Leader Mitglied der Atlantikbrücke und konnte dort an der Seite von Friedrich Merz, Kai Dickmann und seinem künftigen Koalitionspartner Alexander von Lambsdorff die Feinheiten der transatlantischen Beziehungen vertiefen. Trotz des vermeintlichen Abstellgleises Europaparlament war Özdemir bald auch wieder in den Medien allgegenwärtig und von Miles und Moritz schrieb bald schon niemand mehr. Özdemir beteiligte sich an der Gründung des European Council on Foreign Relations und engagierte sich in der atlantischen Initiative. 2008 wurde er Bundesvorsitzender der Grünen und seit 2013 ist er auch wieder im Bundestag vertreten. Özdemir gilt als überzeugter Transatlantiker, der voll und ganz hinter Doktrinen wie der Schutzverantwortung steht, die seit der Abkehr von der Entspannungs- und Friedenspolitik die außen- und sicherheitspolitische Ausrichtung der Grünen bestimmen. Özdemir und den Thinktanks hinter ihm sei Dank. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.